Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest mit dem guten Sadrack. Servus. Wir haben ja in der letzten Folge herausgefunden, dass gefühlt drei Meter von uns weg ein Hülleneingang ist. Und den werden wir jetzt heute mal erkunden, was es da so zu holen gibt. Jo. Und mal an den Strand abgehen. Ja, genau. Zum Strand wollten wir nämlich auch mal. Weil da soll es auch Hülleneingänge geben. Und da waren wir bisher noch nicht. Und die wollen wir jetzt mal abgehen. Ähm, und ich sollte Fleisch mitnehmen. Ich ignorier das mal ganz gekonnt. Ich nehm mal alles mit was rumhängt, dann kann ich dir ja was geben. Ja. Ich versuche mal was zu fangen. So. Bam, 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 bam. Ich nehm mal meine Special Axt. Ja. Jetzt, äh. Und ein Seif. Was krieg ich da raus? Ein, okay. Sticks, okay, ich hab... Hm? Ah ja, jetzt sind meine Sticks wieder voll. Ich hab mir grad einen Köcher gebaut. Okay. Da hab ich viel zu wenig Rabbit Fur für. Du brauchst drei Stück. Und ich hab eins. So. Ja, saumeffekt ist da jedes Mal. Bei den scheiß Fledermäusen. Ja. Äh, siehst du das gerade auch? Das brennt. Dass da Wasser brennt? Ja. Schon wieder? Jo. Sieht einfach nur zu geil aus. Ja. Wie, ähm, Wasser... Feuer brennt. Ja. Ja. Oh. Hier gibt's Flares. Hab ich schon. Ich kann sie irgendwie nicht. Ah ja, ich hab genügend. Und Snacks. Ich speichere hier mal schnell. Jo. Äh. Ähm, ich hätte gerne Licht. Dankeschön. Ah, hier geht's runter. Du gehst vor. Ähm. Das hört sich vertrauenserweckend an. Vor allem Letzteres. Ja, ja. Das ist... Das ist okay. Ich sehe das an, dass ich da vorgehen soll. Hm. Ja, ist alles gut. Nimm mal die Taschenlampe und, und die Windel. Hahaha. Und ich hab keine Batterien mehr. Super. Da ist irgendwas Böses, glaube ich. Babys. Jo. Soll ich das regeln mit dem Dynamit? Ja, werf mal, werf mal runter. Oh, da sind zwei komische Viecher. Jo. Ah, nicht runterfallen. Okay. Ich glaub, sind sie tot? Weiß ich nicht. Warte kurz. Ich schmeiß ne Fleer runter. Nein, sie sind definitiv nicht tot. Doch, einer ist sogar tot. Und den anderen hab ich. Gut. Passt. Ach, der war auch noch nicht tot. So. Dann gucken wir mal weiter. Paschenlampe, äh, 50% genug. Warte, sehe ich das? Ja, ja. Batterie. 87. 80. Pass auf, da sind Eingeborene, die werfen Steine. Hm. Habe ich mir schon gedacht. Hahaha. Das war ein Eingeborener. Ja, ich hab's gemerkt. Hahaha. Wir sind hier einfach überall. Ja. Du kennst das doch, ja. Und weil das mit der Taschenlampe ist das irgendwie... Da vorne sind zwei. Da sind welche, ja. Das ist irgendwie tausendmal angenehmer, weil du wirklich einfach siehst, wo die sind. Vor allem siehst du da halt auch weiter wie zwei Zentimeter. Ja. Wie mit deinem Feuerzeug. Warum? Was, warum, hä? Warum geht der auf mich? Der ist doch auf mich gegangen. Ja, dann schon. Bin ich auch sehr froh drüber. Wart mal kurz. Ja, da wäre ich schon. Ja. Die sind auch mehr. Ja. Komm schon. Geh kaputt. Ich hab keine Ausdauer mehr. Yes. Ah, da ist auch wieder einer. Jo. Komm her. Lass sie mir um den Stein abwerfen. Yes. Yes. Ich werfe die jetzt mit Stein tot. Machst du ne brennende Axt? Ja, hab ich. Ja. Ach, da muss ich erst mein Feuerzeug wieder aus... Oh, da sind ja noch zwei. Boah, 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 boah. Ich zieh mich mal ein bisschen zurück. Äh. Ja, zurück, zurück, zurück. Da sind noch... insgesamt... drei. Und jetzt kommt noch einer. Ja. 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 Zurück. Perfekt. Den hat's auch noch mit erwischt. Jetzt hat die anderen Sinne... Gut. Uh, das war jetzt gar nicht mal so schön. Nein. Aber hier gibt's Geld. Und ein Baby kommt. So. Man, ne, man, ne, man, ne. Man,'s be funny. Das sieht schon wieder so... Ich, 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 ich... Ich weiß schon wieder nicht, wo nehme ich Metz. Vier Metz. Und drei ist die Axt. Tö, 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 tö. Das sind fast welche brauchst. Ne, ich bin voll mit Sticks. Hier liegen auch ein paar Herzen. Hört sich interessant an. Ja, ja. Das ist normal. Liegt bei mir auch rum in der Wohnung. Da bin ich beruhigt. Kann man nie genug haben. Na, verstehe. Hier ist ein Koffer. Mit's Nächsten, okay. Ah, hier ist ein Seil. Ich weiß nicht, ob ich da als erstes hoch will. Ja, ja, willst du? Das ist alles cool. Äh, nein, ist es nicht. Äh, nein, gar nicht. Weil das sind drei. Warte. Auf, ich. Ich bin tot. Ich sterbe. Äh. Ich hab grad irgendwas ziemlich bumme macht. Hier liegen jetzt überall Steine rum und Leichen. Beruhigend. Gleich mal Metz genommen. Ähm. Die müssten rein theoretisch tot sein, glaub ich. Minimal. War vielleicht etwas übertrieben, aber... Äh, was hast du da geworfen? Direkt ein Explosive oder Dynamik? Ne, ein Explosive. Ah. Ah, hier geht's noch weiter rein. Oder... Ich weiß auch, hier geht's runter. Hier geht's runter. Nein, 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 nein. Ich glaub, da möchten wir nicht runter. Wieso? Das ist nämlich so ein Stampfelefantenviech. Sieht doch interessant aus. Oder? Wollen wir das tun? Ähm. Hast du Flares? Ich leider nicht mehr. Ja, ich hab schon noch Flares. Da ist es nämlich... Ne, ich glaub, da ist nur eins. Ah. Ne, weil da hinten sieht's weiter aus, als würde da noch... Ich könnte den versuchen, um Explosive zu sticken. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt geht das schlecht. Da hinten. Ähm. Weiß nicht, ob ich die... Wischte, aber das sieht so aus, als würde ich da irgendwas... Leben. Ah, ja. Ah, cool. Oh, du, 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 du... Was tust du? Runterfallen und wahrscheinlich sterben. Alles sind Babys, die da sind. Ja. Das war jetzt nicht so der Plan. Ach, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ah, ich kann mir aber wieder Explosives bauen, ich hab wieder Uhren. Das ist sehr angenehm. Könntest du noch mal... ...ne Flair runterwerfen? Ja, so viel habe ich aber auch nicht mehr. Ich glaube, der Gute ist nicht mehr am Leben. Das wäre doch schön. Ich probiere es mal aus. Mit einer Flair in der Hand. Beruhigend, ich komme gleich hinterher. Ja, hört sich so an, als wäre der Tod. Au, Baby. Stick. Gibt es hier irgendwo etwas? Weiß ich nicht. Hier ist was. Was hier? Sahara. Was ist das? Sahara. Hier ist noch was. Oh, ein Camcorder. Jetzt können wir die komischen Dinger. Das war doch das, wo ich immer gefragt habe, ob es den gibt. Stimmt. Weil wir doch hier diese komischen Camcorder-Filme haben. Ja. Lunchwolf Megan. Opening the Artefakt. Das will ich angucken. Opening the Artefakt. Ja. What the fuck. Das ist das komische Teil, das, wo du auf den Zeichnungen immer gesehen hast. Ja. Das ist das Dreiecksteil. Mhm. Und das andere? Okay, da sind sie in irgendeiner Cafeteria. Und der will nicht gefilmt werden. Und wer... Auch sind die in einem Krankenhaus oder so. Und wer zur Hölle ist Megan? Also so ein kleines Mädchen offensichtlich. Ja. Aber die Aufnahme ist schlecht von diesem Video. Jetzt geht's. Ja, gut. Das erinnert mich irgendwie so an... an einen der ersten Digital-Rekorder, die es damals gab. Ach, da... Da hab ich letztes Mal auch wieder ein Video angeschaut. Die ersten Sony-Rekordern. Und das war halt so unglaublich schlecht. Oh ja. Aber diese Filme waren auch genial. Ja, das war halt so ein Familien... Mhm. Aber ich find diese... Aber ich find diese... Diese Filme trotzdem irgendwie genial. Ja. Okay. Ja, aber... Was vielleicht... Für was kriegen wir jetzt so eine komische Karte? Da stand ja Sahara drauf, wenn ich mich nicht geirrt habe. Ja. Das sieht aus wie so eine Chip... Firmenchipkarte. Können vielleicht noch wichtig werden. Ja. Vielleicht brauchen wir das, dass wir irgendwo gerettet werden oder so. Aber momentan... Glaube ich nicht. Momentan glaube ich eher, dass wir sterben. Ja. Ähm... Jetzt weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass ich da zuerst hochgehe. Find ich schon. Ja. Ja, ja, das dachte ich mir. Pass auf hier... Achso, hier ist Wasser. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen. Ich auch. Ich höre da was ganz, ganz böses. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ach nee, das ist da unten. Das hat jetzt nämlich gerade genauso ausgesehen wie die Stelle, wo wir das Katana gefunden haben. Aber... Ja. Aber... Das ist es nicht. Nein. Ich gehe mal ein bisschen hier längs. Oh, hier können wir speichern. Oh ja, das wäre jetzt praktisch. Da gibt es einen neuen Rekorder-Ding. Ja. Feuer und hier... Ah, und schon wieder your lucky numbers. Ja. Pastix. Brenn doch, dummes Teil. Ich speicherschneid. Ich würde gern endlich mal das Feuer anzünden, wenn das jetzt... So. Ich habe mich speichert. Auch schnell. Wenn ich das darf. Ah, jetzt darf ich das. Hier hinten geht es mal weiter. Oh, hier geht es noch weiter. Aber vorher muss ich noch schnell einen Schluck Tee trinken. Hier geht es nach draußen. Hier geht es nach draußen? Wollen wir nach draußen? Können wir. Nee, eigentlich will ich noch nicht nach draußen. Ich will erst das große Viech kaputt machen. Jo. Irgendwie, ich weiß nicht. Die Höhle, da finden wir cool Zeug. Ja. Die meisten guten Sachen findet man in den Höhlen. Ja. Früher gab es das, glaube ich, auch mal noch im Haupteingeborenen Dorf oder so. Ja, da gab es viel, aber... Ähm, ich backe in der Wand rum. Ich gehe mal runter. Bist du dir sicher? Ich stürze mich todesmutig mal runter. Okay. Ich folge dich unauffällig. Weiß wir nicht, ob das gut ist. Das war auch... Nein, das war es nicht. Das ist es nie. Das war auch mal eine Zeit lang. Das gab es doch dieser komische Krebs oder diese Languste oder was es war bei Findend Nemo. Ja. Stimmt. Oh, hier gibt es Knochen für Umme. Und Mats. Ja, habe ich. Hast. Finde ich aber nicht sehr vertrauenserweckend, dass das hier liegt. Ich ebenso wenig. To-Do-List updated. Aber was habt ihr für ein Ding? Was habt ihr für ein Ding rumgebrüllt? Hier geht es doch nicht weiter. Hier gibt es einen Snack. Oh, ich sollte ein bisschen was essen. Oh, du sagst das. Jetzt schaue ich erst mal ein. Exploseln. Exploseln. Was sagt er denn? Ah, wir... Ein paar Sachen sind durchgestrichen bei uns. Explore, äh... Dead, äh... Cover, cave. Aber... Waterfall... Cave... Sagen wir mal gucken. To-Do-List hier. Explore waterfall, cave, ledge cave, sinkhole cave... Cursion cave, find the missing flame passengers, find a way into the sinkhole, set up defenses. Ja, okay, gut. Nicht wirklich was dazugekommen. Ja, außer dass wir halt die Höhlen, ähm... Weiter erkunden sollen. Untersuchen und erkunden sollen. Ja. Aber... Aber mich wundert, dass wir das gewollt werden. Ja, genau. Weil hier ist irgendwo... Dachte ich jetzt, dieses Viech. Na, okay. Vielleicht war der von vorher aber dann doch tot. Der von vorher war doch tot. Den haben wir in die... Habt man doch in die Luft gejagt. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Ich meine, das Spiel ist sowieso ziemlich bugfrei. Also von dem her. Ja. Würde es mich auch nicht wundern, wenn einfach irgendwo Geräusch... Schau mal kurz auf die Map, weil... Sieht so aus, als würde da... Noch ein Bereich, den man nicht erforscht haben, aber... Ah, der, glaube ich, ist aber da oben. Da, wo wir jetzt dann hochklettern. Anscheinend. Da, glaube ich, wo ich gerade hingehe. Ja. Da geht's doch bloß nach draußen. Nicht irgendwo. Irgendwo hier müssten wir wohin. Ja. Oder ist das verschüttet, dass man da gar nicht hinkommt. Ja, wahrscheinlich ist das einfach ein anderer Bereich. Ja. Hier müsste es sein, wo du stehst. Ja. Ja. Da ist eine Wand. Ja. Ja, und da kommt wahrscheinlich auch das Geräusch her. Mhm. Ja, okay. Gut. Gibt's öfter. So. Dann gehe ich mal raus. Jetzt bin ich echt gespannt, wo wir rauskommen. Nicht nur du. Oh. Am Strand. Und wir haben Besuch. Ah, und bei den Containern. Ja. Ähm. Ich weiß bloß nicht, wo der Besuch gerade ist. Über uns. Überall. Über uns. Ich gehe mal ins Wasser. Aber nicht zu weit reinschwimmen. Gibt's die Fresse? Da kommt ein Haie. Ja. Geld. Huh. 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 Rein, 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 rein. Ja, wenn ich mal schwimmen würde. Aufpassen, jetzt halt auf Haie. Ja. Super. Ich wollte jetzt eigentlich ganz entspannt irgendwie die Folge beenden. Aber, na ja. Aber, das hat halt jetzt komplett nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir beenden jetzt mal gemütlich die Folge und schauen, was uns noch erwartet. Ja, genau, so machen wir das mal. Geh weg. Ja. Also, jetzt ist eh nacht. Geh weg. Wie die ganze Situation ausgeht, seht ihr dann beim nächsten Mal bei The Forest. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.